Die erste Regel hier lautet, ihr verliert kein Wort über den Fight Club. Die zweite Regel des Fight Club lautet, ihr verliert kein Wort über den Fight Club. Unsere dritte Regel, wenn einer K.O. geht oder abklopft, ist der Kampf vorbei. Die vierte Regel, bei uns gibt es nichts geschenkt. Einen Titelkampf müsst ihr euch verdienen. Und die fünfte und wichtigste Regel. Bei uns kämpfen nur die Besten gegen die Besten. Und der Kampf, die ist Nered% subsumierend, Untertitelung des ZDF, 2020